Die Skywalker-Saga Wunderbar, wir befinden uns diesmal auf Kamin und müssen diese Missionen hier erledigen und dazu brauchen wir jetzt erst einmal unser Armando hier. Zieh mal da dran. Zack, wunderbar. Jetzt sieht es so aus, als müsst ihr mir hier so ein Ding hier bauen, damit wir mit einem C3PO oder mit einem anderen Protokoll-Druiden da hochkommen können. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Nein, ich möchte ihn auswählen, du Knecht. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ja, ich möchte mit den Füßen da durch. Rein da jetzt. So. Ja, so viele über Kristalle kann man hier tatsächlich gar nicht finden. Jetzt brauche ich meine Beine, glaube ich. Oder wir machen hier einfach auf. So, was sind meine Beine? Hier. Ah, wunderbar. Das war äußerst unangenehm. Ja, ja. So. Ich denke, das ist ein Fall für mich. Ist das so? Ey. Können wir zu Gonky wechseln? Ja, aber wie soll man das so nicht machen können? Na, das ist schon Quatsch. Ja, und jetzt? Wie kommen wir nachher hin? Wir können wir doch gar nicht rein. Äh, mh, denk nach. Ja. Ich kann nicht zu Gonky wechseln. Aber ich kann hier draufstehen. Ach so. Da ist schon wieder so ein Ding versteckt. Das Terminal müssen wir natürlich freischalten. Das geht's nicht. Und öffnen. Sehr schön. Gut, dann möchte ich jetzt meine gute Ahsoka zurück. Komm her. Gib doch stehen, Mensch. Einsammeln. Wunderbar. So. Ah, dann haben wir ja schon direkt den ersten Auftrag. Ja, bla bla bla. Ja, ja, ja. Gut, starten wir direkt. Wollige Angelegenheit. Auftrag angenommen. Und jetzt, was müssen wir machen? Oh nee, ich hasse es. Warum müssen wir jetzt einfach wegfliegen? Gut, wir sehen uns sofort. Und das sind wir auf. Wir haben hier den große Tempel. Ah, der kommt mir echt bekannt vor. Hier habe ich jetzt in Battlefront gespielt. Battlefront 2 natürlich. So. Gut. Äh, wo müssen wir jetzt hin, damit wir den Caster abschließen können? Nach da hin. Den müssen wir. Nein, mit euch sprechen wir nicht. Ich mag es eigentlich nicht. Äh. Was suchen wir denn? Machen wir bitte den dummen Vogel. Ähm. Wo müssen wir den dummen Vogel hier finden, oder was? Wo soll ich jetzt wissen, wo dieser blöde Vogel ist? Voll ziemlich außerhalb vom Radius. Aber vielleicht ist er ja hier draußen, oder so. Warum müssen wir jetzt eigentliche Vogelsuche da oben? Da sind da oben drin. Alles klar, und jetzt. Einsammeln. Gut. Nachdem wir jetzt den Arfe hier eingesammelt haben, können wir wahrscheinlich zurückfliegen. Und genau das erfordert wahrscheinlich nur ein kurzer Cut. Gut. Der Herr, da habe ich jetzt die Mission schon abgeschlossen. So, okay. So. Dafür kriegen wir zu neuer Auftrag. Gut. Äh. Da kam mir gerade rein. Jetzt haben wir den Lama-Suite auf erfreigeschaltet. So, okay. Mag ich aber gar nicht. Hm. Gut, man mal hier weiter an. Okay, das Bruder-Module für den. Äh. Meine Ahnung, gehen wir mal hier rein. Ah, hier schieße, das mache ich jetzt. Ja, aber warten wir lieber den Mann, du. Bereit machen. Drei, zwei, eins, Feuer! Ja, nur noch mal. Ich brauche hier jemand, der schießt. Was für ein Schuss. Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Okay, nach 20 Sekunden, stirb. Stirb, 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 stirb. Jawoll, so. Nix, ich will nicht noch eine Runde. Ich möchte es hier öffnen. Was soll ich jetzt damit? Aber ich muss es jetzt da dranheben, oder was? Okay. Schalter. Schalter-Tipp im MT-Poker. Okay. So. Okay, das müssen wir mal so einfach ein bisschen... Eicht die Cafeteria. Ja, guck mal. Und jetzt? Ah. Das war ja einfach. So. Okay, jetzt sind wir mal wieder runter, oder was? Ja. Da ist eine Schlüsselkarte, guck mal. Wem müssen wir mit der... Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich meine, wir müssen den Flur dahinter. Und dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Nee, warte mal. Doch. Hier und dann... Da rein, oder was? Äh... Nee, hier ist was anderes. Das können wir aber gleich auch mitnehmen. So. Äh, wo muss das rein? Ah. Auf Runde, Hopp. Komm. Oh Mist. Du Knecht, wie blöd bist du. Jetzt habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Wo kommt das Ding dann hin? Lauf. Hm. So. Genau, der muss nicht auf. Blau und dann... ... ... ... Du Depp. Sag mal, wie blöd bist du denn? Die Klon-Qualität hat der Typ jetzt echt ne, der ist schon ein bissl dumm. Und da, zack. Ah. Ja, aber wo muss er hin? Ah. Ja. Oh, oh. Oh, oh. muss darunter okay jawohl ja damit so gut endlich schön 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 jetzt haben wir jetzt zwei energie dinger wo ich keine ahnung habe wo das hin soll doch hier wird es mir gerade angezeigt das muss hier rein ok dann nehmen wir schon mal das hier los so die frage ist dann immer noch wo gehen wir mit dem mann durch seine flüssen karte hin was soll die das wird uns jetzt bisher auch noch nicht beantwortet wird zum haben wir ja zweitens dort auf dem Weg das ist gut so Prozent und die Welt zweiter lang hier rein vielleicht so es scheint es scheint erste so gut wunderbar dann beide hier entlang ein bisschen nach unten oder was haben wir hier nach unten ja kann man direkt dann müssen wir rein nach dem besuch es gibt ja jetzt ok was soll ich jetzt oder muss ich dich jetzt mitnehmen die braucht es da der schlüssel wurde wahrlich meister hat eingeführt benutzer der macht sind zweifellos faszinieren ja von mir aus die jaja wir machen es noch mal geknecht wunderbar was war das jetzt wie sie sitzt da wieder reingepackt hallo eh und wo ich mein Ding hin ach das liegt da rausgeflogen Götz macht eigenes Test das war auf jeden Fall machtbar so nee das ist das hier hier das muss ich jetzt jahre okay cool ach so ich muss diese komische Sterne da sagen okay okay Was ist das? so die frage ist jetzt wo geht es weiter ich kann mir schon vorstellen was das darstellt mensch was machst du denn das stand doch gerade hin zu das ist schon richtig machen so hätte es war der allererste körper gestalten das sammeln nicht können bescheuert dass wir den jetzt erst gesammelt haben so wie viel fehlen uns denn noch ein paar fiel uns dann ich möchte es gern heute noch fertig machen machen wir heute eine folge die pro kassettin oder so falscher raum geht es nicht weiter der waren mir gerade schon philipp wenn du mir kurz die karte so gibt es lange folgen einfach der karte hier ein bisschen geld unterwegs sammeln das schadet auch mit den kümmern doch gar nicht rein wahrscheinlich müssen wir erst den Auftrag hier abschließen hier ist diese neuer also Sophie was machst du denn hier und warum ich habe gedacht ihr hast euch und du bist auf die dunkle Seite der macht verfallen ich bin komisch er ist dann hilfreich Hilfe ja ja Prozent was sie gestorben gar nichts zu tun wir können weiter von Baird ist und wichtigste wenn sie nicht auf uns schießen So, we get spiderbears. Ah, hier. Oh nein! So, okay, kommen. Was ist das? Ja, was soll das denn? Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Ich glaube, es haken es. Aber sehr, sehr, sehr haken es euch. Aber dahinter habe ich was übersehen, übrigens. Okay, okay, so. Schön, äh, wo geht's weiter nach dahin? Die könnte mir noch vielleicht laufen. Ah, ne, scheint jetzt nur wieder wunderschön, schön, 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 äh. Das macht jetzt auch nicht wirklich so viel Sinn. So, jetzt gibt's noch ein paar zum Sammeln. Ähm. 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 Ich will mir die Chance gerade hier, weil da ich... ...kommen ja schon steinend hin. Ich will mir die Chance gerade hier, weil da ich... ...kommen ja schon steinend hin. Ich will mal sprechen hier, bitteschön. Ich sag, ich bin ein... Ich hab... Der Kaminoan. Ja, ja. Rahlahs Idee. Du Rahlah. Was muss ich herausfinden? Rahlah. Ich weiß nicht. Rahlah. Dann auf nach Coruscant. Let's go. So. Wunderbar. Da sind wir jetzt auch beim Jedi-Tempel, wo man ja hingehen hätte sollen. Und hier ist noch so ein kleiner Pissar, ey, sorgt nicht dafür, aber der wollte mit uns sprechen. So, dann einmal jetzt hier durch. So, und dann, wo hockt er? Da ist er ja. Oh doch, kann ich das? Ich töte euch, wenn es sein muss. So, Silberschuld. So, nimm ihn mit und dann auf zurück. So, damit ich mir heute auch Chipokas City fertig bekomme. So, also. Ja, ja, ich habe ihn hierher gebracht. So, hab ich so gemacht, gell? Ich wollte so machen eigentlich, aber gut. So, dann habe ich den Fake-Yed-Typ da jetzt auch eingesammelt. Äh. Nein. Ja, doch, dann habe ich doch die richtige Tastücke gedrückt. So, dann einmal hier hin. Genau, einmal hier den Flur entlang. Ah, hier haben wir schon den gleichen Auftrag. So, was müssen wir dafür jetzt wieder machen? Können wir hier nicht einfach in der Station mit irgendwelchen Menschen sprechen? Ah, da geht tatsächlich nicht so ein bisschen, ja. Mit irgendwelchen Menschen sprechen, ja. Ja, das... Okay, dann weiter hier entlang, oder? In der Botschaft habe ich immer mein Lichtschwerter bereit. Ich glaube... Okay. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier rein. Ich glaube, die Person, die ihr sucht. Okay. Dann kann ich hier entlang. Hier steht die Person, die mir sucht. Es tut mir leid. Und dann wieder zurück mit uns. Ja, aber Moment, das hier will ich jetzt auch noch schnell machen. Ah, ja, da war ich ja gerade. Aber ich habe vergessen, wie man das macht. Also, ich weiß es einfach nicht, wie man das macht. Weißt du, wie man da reinkommt? Gibt es da irgendjemanden, mit dem ich sprechen kann? Das mit dem Wetter. Habt ihr unsere Drohnen? Wie komme ich da rein? Beider gibt es die Geheimgange. Warte mal, das ist eingezeichnet. Ah! Wie kann ich behilflich sein? Indem du jetzt da durchkrabbelst. Genau, dein Rest von mir noch holst. So, rein da mit dir und dann die Tür für mich öffnest. So, könntest du mir ganz behilflich sein. Ja, was ist denn angenehm? So, wunderbar. Und jetzt. Jawoll. Halbzeit-Held. Du bist so ein Held. Das ist echt unglaublich. So. So, jetzt haben wir noch hier ein paar zum Sammeln. Hier drin, dass du das ausziehst. Okay, komm rein. Okay, und jetzt stehen wir da drauf, zack. Okay, und jetzt. Hm. Achso, ich müsste drauf stehen, lieber. Und jetzt, du, zack. Ja, Hauptsache wir gehen in irgendwelche fremde Badezimmer, das geht gar nicht. So. Ey, noch eine Mission. Aha. So. Ähm. Hader-Obbit. so und jetzt noch auf zur letzte aufgabe oder ist das die letzte war nicht ganz ich hoffe dass so ja oder doch es könnte die letzte aufgabe sein wenn wir eine doppelte belohnung dafür bekommen jetzt kommt sie schnell schaltet sie aus bevor sie ist es tiefer ich hier runter die Stiftung 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 Schlaf, Kindmann, schlaf. Der Philippus geht hier raus und schießt hier in den Hintern raus. Schlaf, Kindmann, schlaf. Der Drittel wird bis schlafen. So. So, haben wir es jetzt geschafft. Sieht so aus, wunderbar. Ja, aber wo finde ich jetzt das Schiff? Dazu müssen wir jetzt wahrscheinlich hier. Nein, Quatsch, Quatsch. Link mit Gehirn. Eine Wartverbesserung können wir auch kurz machen. So, äh, Aufträge. Hammer, 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 Hammer. Krüssels. Okay, das haben wir jetzt. Achso, achso. Das hätte mir jetzt so das Sohnknall gewohnt. Und dann holen wir uns jetzt noch den Schlüssel und dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall eine erfolgreiche Folge. Wenn sie erst gefahren hat, könnt ihr jetzt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Haben wir bis sogar Rishi Labyrinth Erfolg dafür bekommen. Jetzt haben wir nämlich alle Aufträge auf Camino ab erledigt. Und dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was ist der nächste Planet, den wir machen? Äh, 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 was steht hier drauf? Ruta Pau City für Eonosis Verfit haben wir beides abgeschlossen. Dann sehen wir ja, Kijimi. In Kijimi waren wir noch nie. Vielleicht gibt's da ja irgendwas cooles. Das sehen wir ja in der nächsten Folge. Da gucken wir einfach mal, ob es da was, irgendwas dafür gibt. Aber auf Kashyyyk, da gibt's schon was. Ja. Hey, ich weiß nicht, dass es auf Kijimi gibt. Das wie gereiselt wird da in der nächsten Folge mal hin. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.